hallo leute herzlich willkommen bei mir auf der couch in diesem samstags talk geht es um ästhetik um design und um schönheit was ist eigentlich schön wie kann man das sein verbessern und wo liegen die schwachpunkte und wo die stärken von google beziehungsweise apple wenn es um design geht ja wir sind heute in einer zeit angekommen in der designer immer wichtiger wird in der ästhetik immer wichtiger wird in der immer wichtiger wird wie eine gewisse sache ausschaut oder wie sie sich nach außen präsentiert und hier muss man tatsächlich mal apple wirklich loben und man muss sagen apple hat den dreh raus apple weiß wie es geht apple hat eine ahnung wie was ausschauen muss wie was designt werden muss wie die linie gehalten werden müssen bei einem gerät damit sich das auch super verkauft und damit es wirklich auch super schön ausschaut weil man kann nicht sagen dass wenn man etwas über apple nicht sagen kann dann ist es dass sie unschöne geräte machen sie machen super schöne geräte und das einfach mal eine tatsache das ist bei google leider nicht so wir haben kürzlich bilder vom lg nexus gesehen was mich jetzt designtechnisch nicht so vom hocker gehauen hat muss ich ehrlich sagen es sieht von vorne genauso aus wie das samsung galaxy nexus vom letzten jahr und von hinten naja wir haben halt ein bisschen eine andere struktur hinten auf der deck rückplatte und so ein bisschen komische silberne diamanten drin die wahrscheinlich spiegeln werden wenn man so ins licht hält ja es ist jetzt eigentlich überhaupt kein fortschritt und kein rückschritt man steht einfach auf der stelle und das ganze widerspricht praktisch widerspricht überhaupt nicht sondern nicht ein bisschen auch die ganze android geschichte auf wenn wir uns android anschauen und rein das betriebssystem auf designebene dann haben wir praktisch ein system was genau gleich ausgeschaut hat am anfang mit android 1.0 bis android 2.3 also von ersten bis zum eclair also ja danach kam gingerbread das war ja noch mit eingeschlossen stimmt das war ja das war ja auch ungefähr in die richtung hat ein bisschen an den farben geschraubt es wurde mir von weiß ist mehr schwarz reingekommen und von und das grün und das grau hat sich ein bisschen verändert ich werde versuchen hier noch so ein paar bilder reinzupacken damit ihr euch das auch vorstellen könnt wenn ihr dies nicht kennt danach kam honeycomb das war halt das betriebssystem 3.0 für die tablets das ja man hatte da schon sich ein paar sachen designtechnisch überlegt die dann anders wurden und mit android 4.0 kam dann die holo oberfläche auf das android betriebssystem welche jetzt tatsächlich auf einer ebene ist wo man sagen kann okay das sieht gut aus man muss ehrlich zugeben android 4.0 sieht wirklich auch designtechnisch gut aus das ist wirklich ein schönes design für ein betriebssystem bei apple hingegen ist es so die hatten sich anfangs ihr ios design ausgedacht und das ist auch ein schönes design das muss man ehrlich zugeben es ist wirklich super schön super einfach bediener benutzerfreundlich es ist wirklich perfekt sozusagen deswegen verstehe ich auch die leute nicht die sagen ja warum sollen wir warum sollten warum sieht das dann immer gleich aus die können sich schon mal neues design überlegen ich finde die müssen das gar nicht ich finde das design von einem apple gerät also vom ios ist wirklich ein schönes design das rein software technisches ist ein super schönes design super einfach aber was android beziehungsweise google noch nicht zustande gebracht hat ist einfach diese schlichtheit und diese schönheit von einem vom eigenen betriebssystem auf das gerät zu transportieren vor allen dingen wenn es ums eigene gerät geht also um die nexus reihe das finde ich eine totale katastrophe das finde ich total schlimm dass die sich das nicht zu herzen nehmen und sich da auch was überlegen wenn man sich überlegt die haben ein betriebssystem was wirklich super ausschaut jetzt mittlerweile es hat lange gedauert man muss uns muss man zugeben es hat lange gedauert bis google mit ihrem android betriebssystem zum punkt kamen wo man sagen kann okay das design ist wirklich schön und funktioniert in sich aber dass sie das nicht auf das die ästhetik des geräts übertragen das finde ich suboptimal und ich denke auch sie müssen das in zukunft ändern wenn sie zu in zukunft noch fähig sein wollen mit ihren eigenen geräten zu konkurrieren weil wenn man sich geräte anschaut von ich meine nokia die kommen jetzt mit geräten um die ecke die wirklich auch super schön sind und vom design auch wieder das design des betriebssystems aufnehmen ich finde das total wichtig dass ein handy in sich eine geschlossene einheit ist designtechnisch dass man nicht merkt okay hier beginnt das betriebssystem und hier hört die hardware auf weil es ist ja im endeffekt ein gerät es ist wirklich simpel und klein und man hat ständig in den in den händen von daher muss das design der software auf das design der hardware abgestimmt sein und umgekehrt das muss in sich funktionieren als eine einheit man kann nicht mehr kommen sein oh so ich habe jetzt hier mein gerät und hier habe ich meine hardware dann pack ich die da drauf und gut ist das funktioniert einfach nicht mehr heutzutage ich verstehe dass es bei android schwieriger ist da man 50 verschiedene hersteller hat die 50 verschiedene design studien machen die 50 verschiedene geräte am endeffekt auf markt bringen auf denen dann bei allen dasselbe betriebssystem läuft eigentlich also die hersteller arbeiten dem ja entgegen indem sie android ihre eigene oberfläche verpassen wir sind das bei samsung mit dem touchwitz wir sehen das bei htc mit der sens oberfläche wir sind das wir haben das bei motorola gesehen mit der motorblur oberfläche aber es ist halt irgendwie so ja man kann halt nicht anders wir machen ein gerät und dann merken wir ja die software funktioniert schon funktioniert gut aber es hat nicht so aus wie das gerät dann müssen wir halt noch etwas oben drauf packen also so eine art keine verpackung drum machen damit es besser ausschaut aber das ist halt nicht das ziel des ganzen das ist ich komme hier wieder auf den punkt zurück den ich im letzten samstags talk angesprochen hatte dass die hersteller der software vermehrt mit der hersteller der hardware zusammenarbeiten müssen das nicht nur damit updates schneller rauskommen und nicht nur damit das system besser in sich funktioniert rein rein funktionstechnisch sondern auch dass das ganze design technisch funktioniert dass man sagt okay dass das betriebssystem das benutzt ihr und schaut gefällig dass eure geräte auf das betriebssystem abgestimmt sind dass damit sich da eine einheit bildet ja ich hoffe für die zukunft also wir haben ja diese fotos gesehen vom lg nexus und man muss sagen das ist sein technischen totaler reinfall sozusagen also ich kaufe mir doch nicht ein gerät was ausschaut wie das vom letzten jahr also muss ich ehrlich zugeben für mich ist ein handy auch eine art statussymbol und ich denke da stehe ich nicht alleine da ich sage es einfach nur öffentlich für mich ist ein handy wichtig ich mag es wenn leute mich auf mein handy ansprechen und sagen oh cool samsung galaxy s3 ist cooles handy und so das finde ich cool von daher ist es mir auch wichtig dass ein handy praktisch ein design hat was sich auch weiterentwickelt ich kaufe mir nicht ein handy was genau so aussieht wie das vom letzten jahr das tue ich einfach nicht und die frage ist einfach werden noch andere nexus geräte kommen dieses jahr vielleicht von htc vielleicht von samsung ich hoffe die haben sich ein bisschen wenn ja wenn so geräte kommen dann hoffe ich dass die sich mehr gedanken zum design gemacht haben und das design dementsprechend an die software angepasst haben weil sonst ja ich hoffe für die zukunft dass da wirklich mehr zusammenarbeit herrscht zwischen software hersteller und hardware hersteller und ja mich würde halt natürlich euch auch auch eure meinung interessieren sagt mir doch bitte in den kommentaren was ihr vom design haltet von den verschiedenen geräten sei es nun ein iphone 5 sei es nun ein iphone 4s sei es nun ein samsung galaxy s3 sei es nun ein htc 1x sei es nun ein nokia ja zu nokia kann ich vielleicht auch noch was sagen das sind ja leute die haben auch eine ahnung was design angeht man muss ehrlich zugeben die neuen windows phones super die sind super die sind super aus also rein ästhetisch gesehen und die gibt es in verschiedenen farben die gibt es in rot blau grün gelb was auch immer man haben möchte und das system was dann drauf läuft hat dann auch dieselben akzente wie das gerät als solches das finde ich super super durchdacht wie gesagt eine einheit in sich ja das war's von mir schaut das nächste mal noch mal vorbei nächsten samstag bei der nächsten folge vom samstags talk bis dann leute haut rein